Willkommen liebe Zockerfreunde, heute in 30 Minuten mit Supermarket Shriek. Aber bevor es losgeht, noch ein kleines Ständig an und dann geht es los. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Auch diese Spiele nehme ich jetzt schnell noch hinein in die Liste, bevor es aus dem Game Pass verschwindet. Denn noch ist es drin, aktuell jetzt, aber es ist nicht mehr lange drin. Deswegen zocken wir es mal eine Runde an. Mal gucken, was dieses Spiel bringt. Ich habe es selber auch noch nicht getestet, deswegen machen wir es einfach mal. Hm, auch nicht schlecht. Ein Erfolg fürs Anmachen. Story-Modus. Ein bis zwei Spieler. Eine bewegende Geschichte zweier ungewöhnlicher Helden zusammengeschweißt durch Schicksal und Shopping. Zum Starten Trigger gedrückt halten. Okay. Drücke X, um den Geist für deine Westside zu aktivieren. Schreie wie ein Mann. LT nach links. Schreie wie eine Ziege. LT nach rechts. Schreie zusammen. Nach vorne. Okay. Und rein. Ha! Hinderniskurs. Okay. Oh. So kauf, Mäßig. Okay. Gewinner, deine Zeit 29 Sekunden, neuer Rekord, weiter, ja, er ist ein Level abgeschlossen, wo geht es denn weiter, doch hier, voll das Chaos, Schnellreise zu freigeschalteten Straßen, mit dem Menü, okay, freigeschaltete Straßen halten weitere Level, wie diesen hier, okay, und rein da, puh, Boah, das Geschreier, ey, Puh, Puh, Alter, mega schlecht, in 12 Sekunden, heftig, heftiger Typ, habe ich Freunde, die da spielen, oh, 6 Bionics hat so ein 23 Geschirr, ja, mal wieder, jetzt ausrichten, yes, Accessoires, nein, da habe ich reingemacht, Zeit verschwendet, zwei Sterne, weiter, erst mal ein paar Level kennenlernen, oder was denkt ihr dazu, so, jetzt, besser, jetzt, so, wo müssen wir jetzt hin, da, Oh shit, oh shit, Ich muss hier auch bleiben. Okay. Einstehen. Okay, tausend hätte ich haben müssen. Hm. Bordkos. Okay, die darf man gar nicht berühren. Oh, fixen. Geh schon, haus schon ab. Oh, ist das ein Chaos. Oh, mega schlecht bestimmt. Oh, zwei Sterne. Eine Minute hätte ich knacken müssen. Das ist ja schon ein harter Run. Huh, Einkaufsliste. Oh, ich sehe gar nicht, wo ich bin. Oh, alles klar. Okay, gecheckt. Oh. Oh, nee. Oh, ja. Oh, shit. Oh, nee. Oh, ist das gruselig? Und noch? Hab ich da. Zwei Sterne. Kaufrausch. Na denn. Yes. Nice. Aber er ist beigeschaltet. Okay. Das ist der Eingau. Alles klar. Hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Hier ist nichts. Kann man hier irgendwie durch? Jawohl. Haha. Ich hab was gefunden. Kriegender Start. Okay. Ich hab's gecheckt. Oh. Oh. Boi! Oh, that's worked enough. Yeah! Ja. Autsch. Früher noise. Uiuiuiui. Yes. Eine schöne Fliegerbrille. Ab ins Warehouse. Ja. Okay. Jetzt habe ich jetzt nicht gecheckt. Jetzt komme ich da hoch. Ah. Jetzt sehe ich. Was ist da irgendwie? Oh, ist das die Chaos. Nein. Nein. Ha ha ha. Oh, mega verkackt. Gute. Gute. Das mit der Lenkung ist so strange, Leute. Jetzt warten wir den großen ab und dann gehen wir drauf los. Und Gas. Nein! Nein! Voll verranzt. Ich hätte es perfekt schaffen müssen. Und dann wäre ich da durchgeführt worden. Nein! Ich habe gedacht, vielleicht schafft man das. Ich habe Man kann sie auch dumm anstellen, ey. Aber noch zwei Sterne. Boah. Boah, 14 Sekunden. Hätte ich das in dem ersten... Na ja, gut. Okay. Nächstes Level. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich hätte vor ihm ankommen können. Aber egal, wir gucken uns noch ein paar Level an. Weil so viel Zeit haben wir auch nicht, um Rekorde zu brechen. Aber wäre schon geil gewesen. Doch. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 2 Sterne 3 Sterne 3 Sterne 3 Sterne 3 Sterne 3 Sterne 3 Sterne 4 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 Sterne 5 Sterne 5 Sterne Nein. Nein. Ha, ha, ha. Ah. Oh, zu sehr gedriftet. Jetzt nochmal. Oh, zu sehr gedriftet. Alter, was ein Chaos Level. Boah. Aber zwei Sterne. Huh. Nicht genug. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zwei. Eins. Zwei. Zwei. Nein. Zwei. Da haben wir drei. Zwei. 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 Da haben wir auch nur zwei. Wie können wir das denn nochmal versuchen? Wurz. Zweiundzwanzig Sterne. 18.40 Jetzt Boah, ich bin sogar in den Top 10.000 Und was so ein Kumpel Hab ich auch geschlagen, geil Weiter, huu Das sieht gut aus Endlich mal einer So Da hat mir ein Dreier Dann müssen wir das Rennier wieder versuchen Drift Shop Um Um Musik Das war nicht gut Aber drei Sterne Neun Sekunden Ja, ja, genau Uh Ich hab mal Astronauten Ne, den nehm ich mal Was hab ich jetzt Nicht von dieser Welt Trage den Weltraumhelm Na klar Oh shit Glaub ich nur einen Stern Hm Okay Outsch Hm Ich hab auch mehr Sterne König Wenn ich nicht Schön Wenn du bist Bo ก Und Welp Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017